Musik Sind wir drauf? Sind wir an? Hi, bei DESS TV. War geil, geil, geil. Hier auf dem Wacken 2015. Richtig mega geile Show. Monster Gone hat richtig gerockt. Und jetzt die Frage an meine schöne Momo. Wie fandest du es denn? Wunderschön. Hast du Spaß gehabt? Ja. Ich finde ja... Oh geil, jetzt muss der Restgas. Ich finde ja die Show von DESS ein bisschen übertrieben. Er kleidet hier auf Zäune rum, wo er nicht rauf darf. Du seid so geil. Möchtest du reinbeißen? Ja. Ja, ja, ja. Mann, Alter. Ey, was ist denn los? Geil. It's not complete. Moment, Moment, Moment. Ja, und? Du, und du, Roxanne. Die sich echt in Arsch tut. Ja, 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 ja. Ohne die Crew. Ohne die Crew wäre das alles nicht möglich. Und Tristan kriegt auch noch ein Schein. Tristan. Ja. Jetzt haben wir uns. Einmal dann ein Aufbindel. Geiles Aufbindel übrigens. Dankeschön. Vielleicht für einen grubelnden Schweiz, ja. Monster Gone! Monster Gone! Monster Gone! Monster Gone! Monster Gone! War Machine! War Machine! War Machine! War Machine! War Machine! Schön muss sie sein. Haare kann sie haben, aber schön muss sie sein. Schön, aber schön muss sie sein. Sie kann's andere anhaben, aber schön muss sie sein. Schön muss sie sein. Schön muss sie sein. Bis zum nächsten Mal.